Ladies and gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Fortnite-Turnier! Heute Folge! Hallo! Bei mir sind Teile der Map aufgedeckt, das ist ja Wahnsinn! Das ist ja verschwindet, aber... Wir haben ja gelebt haben bei Lan, weißt? Ja, das war auch cool! Was hat er sich gemerkt? Ram, Christian, Jay, Jules, Sebastian, Fischi und mir die Kinder. Und Path of Exile hat Jay auch angefangen, hab ich gesehen. Oh, nice! Hatte das bei euch! Hatte das bei euch! Auch so gerade so ne komische... Ich entschuldige mich jetzt schon mal. Ich versuche, A, daneben zu husten und B, in Momenten, in denen der Cut das gut wegschneiden kann. Aber ich sag, wie es ist, Leute, ich hab Husten, ich hab Fieber, ich bin erkältet. In vier Tagen ist die Polaris-Spielshow, bis dahin muss ich wieder gesund sein. Kein Bock, die zu hören, die wegzuhören. Ich will die einfach nur wegschießen. So, Slappy Shores, let's go! Kann ich hier was einnehmen? So! Mega City heute mal! Ich sehe niemanden. Finde ich prinzipiell ne gute Sache. Auch keiner Rumble Ruins hier. Alle wollen immer zu mir kommen. Die Kommentare sagen, Mä, geht doch mal Rumble Ruins, da ist der Zap immer! Ja, am Arsch! Da kommt keiner! Nachdem ich hier Jay einmal geklatscht hab, ich muss mich hier töten lassen, damit die denken, boah geil, hier kann ich Easy Snack den Zap machen. So! Los geht das! Ah, Shit! Oh! Das heißt Schildbreaker! Was ist denn jetzt neu? Oh mein Gott, ich hab die Granate geschmissen. Ist überhaupt jemand in der Nähe? Das wäre ganz schön kacke. Sieht ganz okay aus. Ich hol mir hier rein. Okay, das Spiel ist viel zu leise. Wieso ist dieses Spiel so leise? Audio! Oh, Audio! Audio! Ach, viel besser! Ich wollte doch das Zeug trinken! Ähm... Nein! Nein, 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 nein! Was ist das mal? Ähm... Was ist denn jetzt neu? Es gab einen Patch. Oh, da kommt jemand angelaufen. Ich hoffe, es ist alles technisch okay. Ich bin ein bisschen über der Anzeige, aber das lassen wir jetzt so. Ähm... Ich bin Profi in Fortnite. So sehr, dass ich jetzt nochmal kurz hier auf die Einstellung gehen muss. Gibt's aber nicht. Nicht mich töten. Warte mal kurz. Deswegen verzeiht mir, wenn ich heute noch rotziger als sonst spiele. Aber mein Hirn ist richtig matsch. Also mein Kopf ist richtig so... Bruder mach nicht diesen. Aber ich bin ehrlich. In der letzten Folge bin ich erster, äh... Platz hab ich mir gesnackt. Den muss ich verteidigen. Das ging gar nicht anders. Ich bin hier, glaub ich, sehr alleine, oder? Okay, was nehmen wir mit? Position nehmen wir natürlich mit. Buschi nehm ich nicht mit. Ja, jetzt kenn ich mich natürlich gar nicht aus. Wo man hier überhaupt looten kann. In der scheiß Stadt. Weil hier geh ich nie hin. Wenn man online zockt. Ja, ist okay. Kann ich hier fein, fein looten und dann schnell sterben. Das war, das war guter Plan für heute. Also wir haben Fortnite gespielt. Ich muss trotzdem leider sagen, ich bin kein Freund... Äh, davon... Ich bin kein Freund von den SMGs. Ah, doch, die ist okay. Ach, hier bin ich. Das ist ja gut, Leute. Das ist ja gut, Leute. Huiuiui. Chill doch mal, Leute. Was ist das denn? Jelly Bean. Macht das? Ah ja, okay. Wo ist denn der Boss? Den Boss brauchen wir gleich. Weil mit dem Boss kriegen wir die Karte. Und mit der Karte kriegen wir so Sachen. Nice. Okay. Wir haben hier... Die Shit hier. Er macht nur 30. Was soll denn das? Naja. Wie dick ist diese Wand? Echsenwesen? Wait, what? Oh mein Gott! Hahahaha. 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 Alles klar. Ah, da kann ich doch was einnehmen. Ist da was drin? Ja. Was ist das denn? Holzflock-Schotfrinte. Okay, die testen wir mal. Okay, noch nicht. Ja, gab jetzt ein neues großes Update. Entschuldigung, hab ich noch gar nicht gesagt. Es gab ein großes Update. Äh, Halloween-Update, glaube ich. Und, äh, ja. Also, ähm, haben wir auch noch nicht gespielt, weil das gerade ganz frisch ist. Oh. Treffen muss gelernt sein. Easy Snacks. Blau ist besser. Trinke ich das jetzt schon? Ja. Ich hab keinen Bock zu sterben. Ich sterbe immer so früh. Ich hab gar keinen Bock da drauf. Da ist der Boss. Da mittendrin. Okay. Wir müssen ein bisschen vorher clearn. So, den haben wir. Meisterwache. Warte, ist das denn ein Zauberbesen? Ist hier noch einer? Hallo. Hallo. Es war sehr kurzfristig auch. Es hat fast nicht geklappt heute mit der Aufnahme. Ich darf eigentlich nicht auf diese Häuser. Ich sterbe dann immer. Ähm, und zwar wurde ich um 11, ne, um 10 gefragt, ob ich um 13 Uhr mitmachen will. Das ist das für mich. Guck mal auf die Uhr, Alter. Warum fahren wir nicht? Ah, man muss noch drücken. Slapjuice. Ich slappe dir auf deinen Ass. Mit meinem geilen Slapjuice. Warte mal, kann ich denn nicht? Mich geil richtig gleich slurpen? Oh. Hätte ich mich vielleicht neben stellen sollen. Oh, die sind alle, die haben ganz schön viele Ausrufezeichen, wenn ich das richtig sehe. Was ist das denn? Soll Besen. Kann ich damit jetzt fliegen? Oh, da unten ist einer. Komm mal. Komm mal. Ich bin leer. Ja, haben wir. Ja, ist ja okay, wenn er, wenn er mich doof findet. Ist das... Jelly Bean? Das ist ja okay, wenn er mich doof findet. Weil anscheinend juckt das niemand. Hallo? Hä? Oh mein Gott. Hier ist der Boss oder sowas. Hi, Icey. Na? Ich sterbe. Oh Leute, Bram hat mich gekillt. Oh mein Gott, da war auch einfach Bramen. Uh. Der wurde geschossen. Warum schießen die? Ich hab noch nicht full life hier. Was ist das? Die nehmen wir mit, ne? Ist das eine MP? Ne. Doch. Doch! Nehmen wir die trotzdem mit? Ja. So wer hat er gerade geschossen. Ein großer Treib. Das wäre schon nice. Oh. Hey. Alter. Was bist du? Was bist du? Hier sind so Wachen. Und wieso bauen die da so komisch ab? Wieso komme ich hier nicht rein? Fragen über Fragen. Die liegen ja schon Sachen. Cool. Who are you? Wo kommt der her? Alter, was hab ich denn für eine insane Shotgun? Holy shit. Was bist denn du für ein Biest? Was? Wow. Mit Nägeln und so. Alter. Mach dir hits. Guck mal. Das heißt doch, dass ich runter springen könnte. Und ich würde keinen Schaden kriegen. Ist das so richtig? Oh Gott. Das weiß doch wieder keiner von euch. Die will ich haben. Wie komme ich jetzt hier runter? Ist richtig? Ja. Also für die Videoleute. Ich streame heute auch gleichzeitig. Jetzt habe ich nämlich die Spuren so eingestellt, dass ich das immer auch machen kann. Das heißt, ich kann jetzt eigentlich immer bei jeder Aufnahme mit den Piz. Auch gleichzeitig streamen. Ist doch schön. Was ist das? Uh. Das? Jellybeans? Come on, Jellybeans. Okay. Ach. Come on. Das ist ja jetzt Mist. Ich wollte gerade sagen, jetzt bin ich hier auf ewig gefangen. Hehehe. Oma. Aber das kann man... Doch, das kann man auch kaputt machen. Hä? Hallo! Wie viel Leben hat denn der Mofo? Er hat jetzt auch gereicht, finde ich. Und da ist Harry Potter Hexenbesen. Oh, nice. Also Harry Potter wahrscheinlich nicht. Es ist ja Halloween und so. Also es gab schon Hexen und Zauberer schon vor Harry Potter. Oh. 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 Warte mal. Oh ja. Wahrscheinlich das Scharfschützengewehr ist aber auch schon lecker. Ja. Oh, guck mal. Das war ein großer Schilltankeffekt. Komm auf! Ich muss schon treffen, Jules. Das ist wichtig. Oh ne, die... Ich glaube trotzdem, dass ich dafür die Dingens fliegen lassen werde. den nehme ich noch kurz oder auch lang wenn er so kann sich mal entscheiden würde vielleicht sollte ich nicht immer so eng angsthasen mäßig auf auf viel gehen so viel ist kein fall schaden ja das ist eigentlich so ne guck mal hier was ist das buschbombe brauche ich nicht was ist das mehr kann er nicht hexen besen damit kann man fliegen oder nicht nutze ich den holy shit was ist denn jetzt passiert so was lassen wir denn hier dafür mein rucksack ist voll ich hab so ein besen so was haben wir denn hier die kampfmaschinenpistole ist natürlich ein bisschen tricky die ist zwar gülden und nehmen wir mal mit die frage ist wo ist hier der tresor für diese geile karte die ich habe er wird mir ja angezeigt perfekt perfekt wir machen so 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 entweder eine schottie für close oh geil die finger bewegen sich ja 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 Hä? Hä? Sind die Schüsse hier in dem Haus gewesen? Das ist wirklich alles, wa? Noch so ein Geil... Ey, nachher wird jeder diesen Besen haben, ne? Ah... Kürbiskopfwerfer, ist das das gleiche wie letztes Mal? Oder ist es was anderes? Was macht der? Also, fliege damit? Katsache. Was über eine gewisse Entfernung. Okay, verstehe. Ja, den Platz bekommt trotzdem gleich die Pizza-Party. Was ist das? Okay. Wir holen uns nochmal ein bisschen Snipermonie. Doch keine Snipermonie. Äh, warte mal. Ja, okay. Die macht schon ordentlich Damage, aber hat auch U-Bits-Recoil, ne? Nein, der Ring kommt schon. Fuck. Machen wir schnell. Äh, Assault-Rifle. Ja, ich nehme die Assault-Rifle gleich. Ich gucke ganz schnell hier in die Sachen rein. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Das ist noch eine Pizza-Party. Dann Pumpkin-Launcher. Äh. Ja, ich nehme die Pizza-Party. Komm, 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 komm. Ah, hier ist noch eine mythische Truhe. Ich weiß nicht, wie die heißen. Äh, Suppress the Sword-Rifle. Nehmen wir dann die und dann die noch mit. Ja, komm, machen wir so jetzt rum. Ja, easy. Und Abfahrt. Ein bisschen Money abgesnackt. Ich nehme mal den Kürbiskopfwerfer mit. Man muss ja immer mal rumprobieren, ne? Haben wir jetzt aber nichts zum Heilen, ist das Problem. Okay, ich nehme das für mittlere bis Nahkampf. Das für, äh, für Fernkampf. Das für Nahkampf. Und das werfen wir weg. Ein bisschen was zum Heilen müssen wir schon mitnehmen. Das ist jetzt nicht das meiste. Zugegebenermaßen. Hier ist noch jemand. Irgend so ein Bram. Wer ist das? Oh. Ach so, und dann kann man runter. Okay, das ist ja nicht so toll. Hm. 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 also wir müssen leider oh mein gott da wäre ich fast runter gefallen weil ich auf diese blöde map geguckt habe alleluja also der größte feind in diesem spiel ist einfach der fall schaden müsste den aber auch mal ausprobieren okay ist raketenwerfer ist ein bisschen unangenehm mit den gegnern hier und ich habe das spiel auch viel zu laut merke ich gerade geht es nicht raus warte mal auf mich zu schießen ich muss es hier kaputt machen hier ist das spiel so laut oh wow was ist das für eine waffe ach das ist ein richtig idiot ich dachte das wäre eine shotgun egal scheide gute waffe zu sein abfahrt ich bin ein delphi okay nee das ist eher ein totes meerschweinchen sind glaube ich mehr leute schon an an fallschaden gestorben an als an real life schaden so man wie ich jedes mal wenn das war gar nicht dasselbe muss ich das jetzt auch aufmachen natürlich wo bist du oh nein nein okay alles cool ist gut ist gut ich brauche noch mal großes schild oder oder pizza konnte man die pizze könnte man die nicht mitnehmen die gehen nur auf vier oder was ich bin mir nicht so sicher ob ich den besen so geil finde also ein bisschen ja in general weiß ich nicht was bist du denn hallo who are you ach der zeigt mir kann ich das oh man kann hier was buddeln geil die zeigen einem die zeigen einem kisten auf wie cool ist das denn das ist ja witzig wie ist denn die zonen so wir gehen mal ein bisschen mehr richtung zone vielleicht wollen wir auch einfach mal sehen wozu hingeht mit der zone da sind wir jetzt ja nicht so weit weg ach so ich könnte noch mal diesen oder geht näher als ich wollte aber gar machen wir weg vielleicht doch nicht ganz so sehr wie ich dachte macht spaß auch kommen auch ein spiel wirklich hätte ich vielleicht doch mal jetzt den pizza besen nee broom ihr wisst was ich meine pizza besen den besen behalten aber who are you rekrutieren ja komm let's go ich bin nicht mal mit klingt doch ganz nett was ist das hier für ein das ist einfach nur ein rekrutierungs ding mit gespawnt ist okay äh iso komm weiter ach nice erst mal gut weil wir hier äh wegfliegen ein bisschen ja ich hab leider sogar keine ahnung wo jemand ist und hoffe einfach dass ich nicht zuerst gesehen werde was macht denn hier oh da ist ein lama verrecken der NPC kann ja einfach nichts was bist du jellybean jellybean was macht denn dieser oh mein gott ich kann so geil fliegen einmalig 20 sekunden cool down okay ah okay 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 Okay. Nein! Oh! Was gibt es hier denn Feines? Oh, eine güldene Schrotflinte, ne? Ah, das ist schon nice. Aber ich bin hin und her gerissen, was ich mit meinen Scheiß machen soll. Ich habe so viel Shit, den ich mitnehmen will. Scheiß auf Fernkampf. Wir müssen einfach nah ran. Wir beballern die vorher mit Kürbisköpfen und dann müssen wir nah ran einfach. Was ist denn? Ach, du hast Munition gegeben. Dankeschön. Das ist mega lieb von dir. Ich mag meinen Begleiter. Der kann zwar nicht schießen, aber der gibt mir wenigstens ein bisschen Munition. Hm, den Torrat nehme ich auch. Oh, hier war aber jemand. Boah, das soll uns erstmal egal sein. Ich gehe weiter. Guck mal, die krassen Tricks, die ich auf meinem Motorrad kann, die kompletter Absicht sind. Was hast du markiert? Ach, der droppt die ganze Zeit irgendein Bullshit. Was soll denn das? Warte, hör ich nicht. Leck mich am Arsch. Oh yeah, das Scharfschützengewehr mit einer Kugel mehr. Awesome. Als ob du jetzt hier meine Deckung abbaust. Was ist denn los mit dir? Bist du doof? Awesome. Hat keiner gesehen. Ich habe mich verguckt. Ach, der leckt ein goldenes Item. Schade. Ich sehe aber auch keinen. Da vorne liegt viel Loot. War ich das? Zumindest von da gekommen, aber... Ja, schön, dass du immer was droppst. Das ist echt nett von dir, aber das ganze Dudut, Bip, Bip, macht mich kirre. Wir reden mal hier mit jemandem. Mal ein bisschen quatschen hier. Na, was geht ab bei dir? Düster Glanz. Oh, kann ich mit beidem nichts anfangen? Ich dachte, ich kann dich rekrutieren. Das wäre doch schön. So richtig Stress jetzt hier wegzukommen, habe ich ja noch nicht. Ich mache das jetzt mal und gucke, ob ich da vielleicht jemanden anlocken kann. Weil die anderen sehen das ja auch, dass es geanlockt wird, glaube ich. Darin da. Let's go. Ich schone doch eigentlich gerne noch was anderes, außer so ein Chuck-Chuck-Splash-Ding. Ich habe nur noch eins davon. Am liebsten natürlich die... Die heißen sie nochmal. Diese legendären Dinger. Die kriegt man, glaube ich, hauptsächlich auf der Loot-Insel, wenn man die erobert. Scheiße. Was macht der denn? Wer was gesehen hat. Nein, der kommt genau in meine Arme. Oh, der arme Zuppel! Yo, what the fuck? Hab ich mich gerade erschrocken. Hat einfach direkt kassiert. Haben wir heute noch im Best-Dorf gesehen, wie der Zuppel richtig delivered hat. Hallo! Ich will dich rekrutieren. Dann raube ich dich jetzt aus. Eigene Schuld. Was ist das denn? Was ist das denn? Was bin ich denn jetzt sehend? Sepp hat eine Siegeskrone aufgenommen. Was ist das denn für eine goldene Shotgun? Okay, ich weiß nicht, was das ist oder was man macht. Aber das kann doch super sein. Man kann ein bisschen fliegen. Okay. Alter, man kann hier voll die Map erforschen. Guck mal, hier werden so Motorräder ausgestellt. Und hier kommen so Motorrad-Zauns. Ich weiß gar nicht, warum ich hier noch loote. Ich habe ein ganz gutes Equip so insgesamt. Wir holen uns mal einen Kill-Auftrag. Let's go. Belohnung. Ja, ich möchte einen feindlichen Spieler eliminieren. Zeig ihn mir an. Wird das nicht angezeigt? Ist da nicht so ein Bereich? So, hey, hier in diesem Bereich. Ist der Pimmel. Was passieren denn hier immer für Sachen? Da ist das die Insel. Das ist die Insel. Ah. Ist der cool. Okay, nice. What the fuck, Alter? Wir müssen uns eigentlich mal irgendwie positionieren. In der Hoffnung, dass uns jemand so vor die Füße läuft. Damit wir den dann so... Oder dass wir jemanden vorsehen, bevor die Person uns sieht. So nach dem Motto. Okay, komm. Hier sieht mich doch keiner, oder? Aber so richtig sehen tue ich auch nix. 300 Meter. 400 Meter. Die Dächer werden hier natürlich als erstes abgehemmt. Ist klar. Ich will gar nicht auf die Dächer gehen, weil ich habe gar keinen Sniper. Das finde ich scheiße. Also laufen wir zwischen diesen Häusern rum. Allerdings vermute ich, dass die eher auf den Dächern alle chillen. Oder irgendjemand wird auf dieser scheiß Insel chillen. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit wird er Jules sein. Alter, 700? Ah, was ist der grüne Tau da? Stromvorhersage-Terminal. Ah, da ist halt die krasse Insel. Also, Sepp ist jetzt auch mega-Siti. Er kann ihn halt auch sehen. Theoretisch. Wenn er mal nach oben guckt. Aber nach oben guckst du natürlich nicht. Ich wusste nicht, dass man auf dem Dien oder... Ich wusste gar nicht, dass man auf diesem Haus drauf kann. Ja, das wusste ich auch nicht. Es ist voll still. Und dass man zwischendurch diese Affen hört. Gesehen von mir. Aber ich sehe wirklich gar nichts, oder? Selbst von unten nicht. Da, Moment. Da, so sehe ich Sachen. Was ist das denn da? Moment. Ich habe so viel Geld. Ich habe 668 Gold. Okay, wenn ich auf Sepp... Aber Sepp sieht Bram halt auch nicht, weil er nicht so weit hoch guckt. Tau, selber hat Peter gesehen. Oh, das ist Peter. Ui. Und killt er ihn in der Luft? Oh, noch ein Regier von Peter. Oh, wie knapp. Dopp. Okay. Also, Ich bin schon administraced. Das war so knapp. Das war insane. Oh. Oh, 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 oh. Huh. Kann sein. Als ob er weggekommen ist. Oh, der Kopf wäre geflogen. Oh, dieses beobachte Ding ist ja so scheiße. Oh, oh, Bram. Oh, Bram, was tust du da? Bram, du Idiot. Was hat er gemacht? Der Bram ist einfach mit dem Besen auf Ding ist drauf geflogen. Der ist so tot. Oh, ja, der ist tot. Der kriegt Fallschaden, oder? Der ist abgehauen mit dem Besen. Was? Alle ärgern Sepp, ey. Wo ist er denn? Jetzt hab ich ihn gesehen. Dieses Hurengerät. Hulululu. 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 Das ist Sepp. Und leider kein Sniper. Aber ich kann ihn natürlich ärgern. Aber das mach ich mal nicht. Ich muss jetzt nicht den auf mich aufmerksam machen, weil der scheint gerade ebenfalls zu sein. Ist mein Dud noch im Leben? Der andere mag mich jetzt auch nicht, ne? Ich bin eigentlich echt ganz gut hier von der Posi. Da ist der einfach zu mir geflogen mit seinem Hurenteil. Muss halt moven, weil zwei Leute wissen, wo ich bin. Ich könnte ihn natürlich überraschen. Oh, das wollte ich so gar nicht machen. Etwa anders, was ich machen wollte. Das ist jetzt ein bisschen assi, was ich hier mache. Okay. Na gut, wir haben zwei Leuten ordentlich Damage gegeben. Aber da wollte Bram mich einfach dippen, die Sau. Ich hab ihn nicht tot gekriegt. Ich glaub es nicht. Ich bin hier gerade noch gesehen. Wo ist er hin? Oh, da oben. Nice! Hat er entdeckt. Okay, Bram macht die Düsebüse. Das ist eigentlich ganz gut, weil der muss hier rüber. Okay, wir haben ja ein bisschen Healing-Item. Ich weiß nicht, wo Sepp hin ist, leider. Er hat auf jeden Fall einen NPC. So, er kommt geflogen. Er kommt geflogen. Alter, wie am Flyen ist dieser Mann! Er kann nur an Fallschaden sterben. Oder? Schade. Weißt du, so viel kann ich gar nicht schießen. Oh man, da vorne sind zwei am fighten. Also noch nicht. Ach nee, das war nur einer. Zum Fick ist der Junge hin. Ich mein, hier ist jemand getötet worden. Also ist er unfähig. Er läuft erstmal gegen die Tür. Finde ich gut. Oh, Sepp hat Peter gesehen. Ja, ja. Oh, jetzt schießt er auch endlich. Ist das mit der Waffe, mit der ich instant gestorben bin? Nee, auf gar keinen Fall. Okay, weil ich bin jetzt nur überlegen, welcher für das denn war. Der Sniper. Vielleicht hat er die weggelegt zwischendurch. Die schallgedämpfte Sniper. Die war das. Das ist das, was Brammen hat. Das ist das, was Brammen hat. Da war wieder Sepp, glaube ich. Da oben. So ein Arschkeks. Braucht die Healing Items. Er hat auch einen Marker on me. Das ist uncool. Au, der war insane gut. Schossen. Aber warte mal. Nee, der muss von da jetzt nicht kommen, wa? Doch, der musste sich da wegbewegen, aber nur knapp. Der muss sich da gleich wegbewegen. Und gleich kommen sie von allen Seiten. Ich stehe richtig scheiße. Ich muss leider sagen, wir haben mir keine gute Position erarbeitet hier. Ja, komm mal hier in die Zone, Junge. Komm mal rein, bevor du Schaden kriegst. Der scheint keinen Schaden zu bekommen von der Zone. Okay. Oh, das ist gut. Tja, ist jemand da oben drauf? Ich sag euch ganz ehrlich. Er weiß es nicht. Oh, Börse. Davon ist einer. Ich weiß ja schon, wo die nächste Zone hingeht, ne? Wo sind die anderen denn? Also, da. Enemy spottet. Und ich bin am nächsten an... Alter. Wann ist das für eine Runde hier? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Ach so. Ah, der ist fast wieder voll. Oh, ja. Oh, ja. Oh, da sind die Shotguns daneben. Oh, aber sehr schön gemacht. Aber nice try. Okay, da vorne ist einer drin. Da vorne ist eine fucking Siegerkrone, was auch immer das bedeutet. Da vorne ist einer drin. Hinter mir irgendwo ist Sepp. Von wo wurde der gemacht und warum sammelt keiner seinen Shit auf? Oh, mein Gott. Ich bin nicht zu sehen. Niemand weiß, wo ich bin. Da war Sepp. Da sammelt er den Shit auf. Oh Gott. Hat er mich gesehen? Ich habe halt... Der hat kein Leben dabei. Das ist das Problem. Ich muss laufen. Mein Unterstützer wurde vom Sturm erfasst. Das ist doof. Er hat mich gesehen. Das ist halt unnormal, wie ich hier die ganze Zeit fliehe, Alter. Also, Sepp, kann ich nicht zugucken? Der ist 10 von 10 verbuggt. Ja, ja. Der ist leider heute verbuggt. Ach, der sitzt wieder nur im Busch rum, oder was? Ja, der Bram sitzt wieder nur im Busch rum. Oh, da ist... Oh, mein Gott. Jetzt sind doch mal die Kürbiskanone da. Ich wollte mal wissen, was ich kann. Wir haben gehört. Oh, Scheiße. Jetzt haben wir keine Heilung mehr. Was? Als ob er das wusste. Ich glaube, ich sehe es auf der Mini-Wettlich genau. Aber doch, doch. Hätte sich Bram einen Ticken nach vorne weg. Wir haben aus dem Versteck rausgekommen. Hätte er Sepp so wegmachen können. Der Kürbis ist doch bestimmt ein Raketenwerfer, oder? Das sieht doch so aus. Ja. Oh, Loll. Oh, Täter nicht zum Halen. Oh, 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 oh. Ah, guck mal, sag ich doch. Sag ich doch. Und ich hab's gesagt. Und jetzt wird gesammelt. Wir haben halt keine Healing-Items mehr. Was ist das? Ich hab keine Ahnung, was das ist. Infrarot, der... Ja, ist mal alles Lotte. Aber hier gibt's gar nichts. Das ist einfach tote Fläche. Das ist blöd. Da ist eine Truhe. Wo bist du? Wo bist du? Wir müssen uns eigentlich auch in die Richtung halten. Denn da kommt die nächste Zone hin. Wo zum Fick sind alle? Es lebt nur noch einer. Autsch. Da bist du. Oh mein Gott. Das war ein Fehler. Oh oh. Oh oh. Da ist er. Es geht nur mit dem Push. Oh oh. Oh oh oh. Oh 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 oh. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Peter schieß doch auf die Wind! Oh wie fuck! Nice! Alter! Was ein nicer Sieg! Holy shit! Ohne Schilde! Peter, GG! Das war gut, Peter! Das war eine anstrengende Runde. Ich wurde von so vielen Leuten beschossen, das war echt... Ich hab mir gedacht, ich pushe Peter jetzt und Peter hat mich einfach ganz schnell totgeschossen. Also ich dachte, du hättest irgendwie noch damage bekommen oder so, aber... Krass! Ich hab mich mehr hochgeheilt am Weg. Drei Kills haben nicht gereicht! Schade, GG! Tut mir leid, das war mal wieder eine Folge Fortnite-Turnier! Vielen lieben Dank fürs Einschalten! Bis dahin! Tschüss! Ciao, du Arsch!